Hallo und herzlich willkommen auf unserem Lohncomputer- und Lohnanalyse-YouTube-Kanal. In dem heutigen Video sprechen wir nicht über die besten Unternehmen, sondern über die größten Unternehmen pro Kanton in der Schweiz. Ja, ihr wollt euch bewerben in der Schweiz, ihr sucht einen Job oder ihr möchtet gern euren Job wechseln, denn es ist langweilig geworden. Wir haben euch jetzt pro Kanton eine Liste vorbereitet, wo ihr eine Vielzahl von Unternehmen findet und diese Unternehmen sind stark am Rekrutieren. Es sind nicht die besten Unternehmen, es sind die größten Unternehmen und diese größten Unternehmen ist natürlich die Vielfalt von Jobmöglichkeiten deutlich größer als bei kleineren und mittleren. Das heißt aber nicht, dass die kleineren und mittleren Unternehmen nicht suchen. Da müsst ihr natürlich selber eure Analyse dann starten. Aber bei diesen größten Unternehmen pro Kanton in der Schweiz sind wahrscheinlich die Chancen eines besseren Gehaltes etwas höher als vielleicht in einem kleineren Unternehmen. Also, die Vorbereitung ist die folgende. Wir zeigen euch jetzt pro Kanton die größten Unternehmen. Schreibt sie euch auf, schaut auf deren Webseite, denn die meisten Unternehmen schalten natürlich auf den Jobportalen ihrer Jobs. Aber viele Unternehmen möchten nicht unbedingt etwas bezahlen, um ihre Jobs auf diesen Portalen aufzuschalten. Deshalb, schreibt euch die Unternehmen auf, schaut auf deren Webseite und ich bin sicher, ihr könnt euch bewerben und ihr könnt diesen Job bekommen. Wenn ihr in Zukunft vielleicht genau diese selbe Analyse für den verschiedenen Städten haben wollt, dann kommentiert doch unser Video. Und dann werden wir in den nächsten Videos nicht nur die Kantone, die größten Unternehmen, Schweizer Unternehmen, in den einzelnen Kantonen aufzeigen, aber auch in den einzelnen Städten. Also, auf los geht's los. 3, 2, 1, let's go! 3, 2, 1, let's go! 3, 2, 1, let's go! 4, 2, 1, let's go! 5, 1, let's go! Untertitelung des ZDF für funk, 2017